Heute mal etwas anderes. Wir haben einen sehr spannenden Bericht zu einer Nahbegegnung mit einem UFO von einem Zeugen erhalten. Leider möchte dieser Zeuge nicht vor Kamera treten, was wir natürlich verstehen. Er ist aber damit einverstanden, dass wir dieses Video so veröffentlichen und sein Gedächtnisprotokoll vorlesen. Wir halten den Zeugen für sehr glaubwürdig. Wir hatten E-Mail-Kontakt mit ihm und er hat sich bei uns auch mit Klarnamen, also Vor- und Nachname gemeldet. Aus diesem Grund möchten wir euch diesen spannenden Bericht nicht vorenthalten. Hier folgt der Augenzeugenbericht. Gedächtnisprotokoll vom 25.05.1995, Himmelfahrt, ca. 15 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war ich 20 Jahre alt und in der kaufmännischen Berufsausbildung. Diese wahre Begebenheit habe ich zuvor niemals aufgeschrieben und niemals jemandem erzählt. Ich möchte die Geschichte nicht mehr für mich alleine behalten, weil sie eine Belastung für mich ist und mit der Zeit immer schwerer wiegt. Ich habe niemals an Ufos und Außerirdische geglaubt und würde sie sogar für ihr Tun verachten und verspotten, wenn dieses singuläre Ereignis am 25.05.1995 nicht geschehen wäre. Ich hätte mir so etwas niemals vorstellen können. Ich lebte zusammen mit meinem zwei Jahre älteren Bruder bei meinen Eltern und Großeltern in einem Haus. In zwei Wochen stand der Abriss des alten Hausteils sowie der anschliessende Neubau an. Es handelt sich um ein 700-Einwohner-Dorf in Mittelhessen. Meine Großeltern waren und meine Mutter ist durch einen starken christlichen Glauben geprägt. Da es sich um einen Feiertag handelte, war ich um diese Uhrzeit zu Hause. Ich war bis zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt sehr gläubig, aber dieses Ereignis hatte meinen durchaus vorhandenen Restglauben zerstört. Ich glaube, es hat mein Leben nachhaltig verändert. Die Leichtigkeit des Seins ist mir verloren gegangen. Ich übte in einem der Zimmer, die zwei Wochen später abgerissen wurden, gerade Tischkicker. Das war das Schlafzimmer meiner lange Jahre zuvor verstorbenen Urgrossmutter, das nach ihrem Tod nur noch als Rumpelkammer diente. Mein Bruder und ich hatten den Kicker zu Weihnachten 1981 geschenkt bekommen und nutzten die letzten stressfreien Tage vor dem Abriss und Neubau, um abendliche Turniere auszutragen. Später hätten wir in der Umbauphase weder den Platz noch die Zeit gehabt, um dies zu tun. Ich übte im speziellen Ballkontrolle und Torabschlüsse mit den drei Stürmern. Ein weiteres wichtiges Detail vorab ist, dass meine Eltern und Grosseltern in jedem Zimmer blickdichte, weisse Vorhänge hängen hatten. So auch an diesem Tag in diesem Zimmer. Während ich auf das Üben fokussiert war, gab es in meinem Kopf plötzlich eine Stimme und ein Bild. Es handelte sich um einen telepathischen Kontakt. Die etwas holprige, fremdwirkende Stimme in meinem Kopf sagte, wir sind da. Und dies, obwohl ich leicht gebückt am Tischkicker, in die vom Fenster andere Richtung schaute, sah ich fotoreal ein Bild in meinem Kopf von einem UFO, so als ob ich aus dem Fenster schauen würde. Ich ging sofort zum Fenster und zog den dichten Vorhang zur Seite. Das, was ich dann durch meine Augen sah, war eins zu eins das Gleiche, was ich zuvor in meinem Kopf sah. Es war Tageslicht, wolkenlos und perfekte Sicht. Die Sonne konnte mich aufgrund des Standes nicht blenden. Circa 80 bis 100 Meter Luftlinie entfernt war das UFO. Es stand etwas versetzt über dem Pfarrhaus. Ich schätzte die Grösse auf einen Durchmesser am Diskus von circa 20 Metern. Die Höhe war circa 5 Meter. Es hatte relativ grosse Fenster. Es stand still da, ohne Rotation, ohne Bewegung. Ich hatte keine Angst, ich war sehr rational. Mein erster Gedanke war, schaue nach Hoheitszeichen. Meine Hoffnung war, irgendetwas Amerikanisches zu finden. Fehlanzeige. Mein zweiter Gedanke war, soll ich schnell schreiend durchs Haus rennen, damit es möglichst viele im Anschluss sehen können? Nein, mein Vater und mein Bruder waren nicht da. Die einzigen im Haus waren zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich meine Grosseltern und meine Mutter. Deren Glaube wäre zusammengebrochen. So rational habe ich tatsächlich in diesem Moment gedacht. Mein dritter Gedanke war, wenn es Fenster hat, sind Lebewesen drin. Also wollte ich ein Fernglas holen, um besser durch die Fenster des Ufers schauen zu können. Ich schaute etwa zwei Minuten das UFO an. Es rührte sich in keinster Weise. Dann ging ich drei Meter vom Fenster weg und war bereits auf dem Weg, um das Fernglas zu suchen. Ich ging nochmals zurück zum Fenster. Das UFO war immer noch da. Ich blieb noch weitere ca. 30 Sekunden am Fenster stehen und beobachtete das UFO. Danach ging ich aus dem Zimmer und rannte schnell zu dem Ort, wo ich das Fernglas meines Vaters vermutete. Ich fand es nicht. Zwei bis drei Minuten später stand ich wieder am Fenster. Das UFO war weg. Damals hatte ich natürlich keine Kamera. Mein Vater hatte zwar eine, allerdings hatte er die immer in irgendeiner Arbeitstasche. Das Heraussuchen hätte zu lange gedauert. Zum UFO. Es sah aus wie aus dem Bilderbuch. Vom Aufbau mit der Fensteranordnung und der Form ist es ähnlich dem Adamski-UFO. Allerdings war die Oberfläche eher hellgrau. Die Sonne spiegelte sich aber nur leicht auf der matten, metallischen Oberfläche. Ich bitte um Ihre Diskretion. Ich möchte kein Video veröffentlichen. Ich habe mir sehr viele Ihrer Videos angeschaut, in der Hoffnung etwas Ähnliches zu finden. Mich beschäftigt vor allen Dingen immer wieder die Frage, warum ausgerechnet ich? Wofür dieser Aufwand? Vielleicht ist die Botschaft auch nur, wir sind hier. Eigentlich kann es nicht sein, dass ich der Einzige bin, der es gesehen hat. Es sei denn, die sind auch in der Lage, die Zeit anzuhalten. Es waren bestimmt viele in dieser Zeit spazieren oder mit dem Rad unterwegs. Der Ort ist in einem Kessel. Wie gesagt, das UFO hätten auf dieser Höhe sehr viele aus grosser Entfernung vom höher gelegenen Nachbarort kommend sehen müssen. Nachdem wir uns mit dem Zeugen per Mail ausgetauscht haben, kam noch ein Nachtrag. Zwei Sachen sind mir noch eingefallen. Der horizontale Abstand zum UFO war ca. 80 bis 100 Meter. Ich war im ersten Stock. Der Höhenabstand war bei ca. 60 bis 80 Meter. Was mir immer wieder durch den Kopf gegangen ist, ist das, warum ich? Das hatte ich ja unten schon geschrieben. Mich hat daher auch die Frage immer beschäftigt, war ich wirklich die alleinige Zielperson bei der Telepathie oder wurden alle Personen in einem gewissen Umkreis um das UFO kontaktiert?